Da, ja, was dann wieder mit dem anderen Nebenprodukt rumfiddeln, das ist auch nichts in der Sache. Tag auch, wie ihr seid euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Model Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal gehen. So, ja, was wir heute vorhaben, ist eine gute Frage. Ich glaube, wie beantworte ich dir am besten? Eigentlich wäre es super, wenn wir den ganzen Spaß hier mal endlich von einem Preis anfangen. Um da aus der Plattform zu ziehen, würde ich gerne an der Seite ein Stückchen runter und dann hier drüber setzen. Oder will ich gucken, dass ich ein Stückchen hochgehe, damit ich definitiv über den Kollegen komme? Das heißt, wenn ich hier lang... Wir schauen erst mal. Was brauchen wir nochmal für... Fundament. Fundamente sind nicht besser, nehmend. Wir brauchen mehr Platten. Wir brauchen mehr Schrauben. Und auch noch mehr, dafür haben wir noch keine Produktion. Das heißt, wir sollten eigentlich damit anfangen. Blöd. Wir haben doch beim letzten Mal... Doch, haben wir. Da sind Platten drin. Nein, da sind Schlangen drin. Alles nehmen wir nicht hier. Sagen wir hier einmal... Alles nehmen wir hier. Dahin. Alles nehmen und wir können erstmal weiter. Da ist, wir wollen da oben... Platz schaffen. Was klingt, ich zahre in unserem Punkt. Nehmen wir mit. Wollen wir da noch welche drin liegen? Nein. Im Moment wollen wir ja nichts Besonderes, also Bestimmtes holen. In drei Stück. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal anfangen mit... Sachen, die wir holen wollen. Wir könnten Speedlights mit einer Light Control nehmen. Das wäre das eine, dann hätten wir die drei schon mal zusammen. Ich würde mich aber eins nehmen, das wäre vielleicht auch nicht so blöd. Haben wir hier gerade irgendetwas? Ne. Reden machen noch keinen Sinn. Oder ja, ohne meine ich. Das ist euer Türen. Wer gestern meinen Stream gesehen hat, also... Das Video kommt ja Freitag raus. Gestern, Sonnestag, streamt. Ähm... Customizer hat noch nicht so viel Sinn. Das brauchen wir sowieso nicht. Das haben wir. Ja. Fange ich mit Licht besser an. Ich glaube, Licht ist besser als Schilder, oder? Mit Schildern kann ich mir Sachen markieren. Ich kann Informationen draufschreiben. Ich könnte mir Schilder nehmen und die Lampe. Ich brauche aber dann noch das Control Panel. Das heißt, ich bin schon wieder auf 2 Bar. Dann macht es mehr Sinn, die beiden zusammenzuholen. Dementsprechend machen wir das auch. Ähm... Dann haben wir das fertig. Für das nächste Mal gehen wir an die Schilder. So. Müssen wir einmal gucken. Was ist denn da oben so lieb? Dann fangen wir auch mit Eisen an, würde ich sagen. Baaah. Das ist das klappt. Und mitern schauen wir uns auf. Baaah. Was ist das, da oben Planet? Das ist dasLY eins dar. Det ist wirklich. Fertigungslos tiver satire�. Und Gold an einen hotel. es sind die wieder weg so viele fragen nicht ablenken lassen einfach machen wir gehen hier über höhe ist hier müssen wir hier genau noch dran vorbeigekommen genau da können wir dann eine rein machen das vollkommen egal ist ziehen den spaß mal wir haben noch einen hier gucken wir wollen hier in der ecke auch ein bisschen natürlich unsere ressourcen aus das heißt dass wir in der ecke alles zusammenkriegen das beste markt wo hat das beste markt da hatte ich das ok ich will haben wir da vorne müsste einer jetzt sein den wir genau den haben wir schon abgearbeitet da in 200 metern ist da 240 meter die möchte ich alle haben alle hier du bist schon da jedoch da mindestens noch einen mehr oder ist es was anderes haben wir denn an ist sogar nicht mehr so weit nicht in die richtung an zu gehen ich glaube ich bin nicht so gut nicht in die richtung zu gehen das ist auch schon voll, das ist auch voll, das ist auch voll, das ist auch voll, noch eben das schmelzmodul hier wenigstens den meilenstein eben schließen wenn wir sowieso da hinten hin müssen weil dann kommen wir quasi an unserem lager nach vorne vorbei wir brauchen da das andere zeug wir müssen wahrscheinlich eben engeln aber die tauner schluchten sollten nicht das problem sein also wir machen jetzt das da rein können das abhaken dann müssten auch die letzte stufe hier drin schon mal fertig haben da habe ich noch was wir schauen gleich nach aber die schon mal rein nehmen dann können wir überlegen wir holen dann die verschiedenen eisenquellen ziehen uns die ran natürlich mal wie das schmelzmodul aussieht das sinnvoll für uns ist oder nicht was sich dann da verändert bauen das haben wir jetzt gleich und dann noch mal jetzt war es durch die 1 durch die 0 ist nein leck meister hier sind wir durch okay haben wir das noch dafür fehlen mir 1000 davon das ist nicht das problem machen machen auch jeweils 12 und auf die 100 ist natürlich ein stückchen ich glaube das machen wir eben es ist wieder super wie ich mich schön ablenken lassen wir haben 40 prozent ist doch wunderbar warum ist das hier so leise das mikro wird das ein altbau verstärkst das auch schon ich werde blöd ist wenn ich mache dann ist es laut genug wieder wunderschön so wo sind wir die macht sich schöner ist bis der hier fertig ist 100 an den direkt starten auch das letzte teilweise fehlt damit wir überhaupt das smart rating machen können wenn man die sachen auch schon da reinschmeißen die tausend platten da das ist nur schön wenn das einmal durchgehen würde ich finde ich richtig ja das denken geht ja relativ zügig man muss ja gott sei dank nicht mehr gedrückt behalten schon so ewig gehalten ich muss aber ist egal das sind verdammt viele dinge die man hier machen muss der mod und ich habe nichts mehr über und ich habe noch mal reinlegen jetzt werden die tausend ich habe schon mal reinlegen jetzt werden die tausend Ich habe 100 dabei, das ist aber kein Problem, die liegen da unten, auf der anderen Seite von diesem Hügel. Mein Inventar komplett voll, auch schön. Jetzt gehen wir einfach hin und schmeißen hier den Heim, den wir noch eben können. Damit sind wir soweit durch, hier irgendwas zu tun, Hardrive, wir können mal wieder ein Hardrive scannen. Ich wollte in diese Richtung hier. Hätte ich von oben lange kommen können. Ach ja, ich brauche ja... Okay, ich brauche ja erstmal den hier, wir brauchen zwei Potable Miner. Okay, ich brauche es. da wo ich mich mit dem produkt nicht beschäftigen möchten und ich das anbau das wird sich mal so ja ich weiß du bist nicht angeschlossen du kannst du mal machen hier wird nicht das ja erkennt das wort ist mir klar und dann da rein da ist dann wieder mit dem anderen nebenprodukt umfitteln das ist auch nichts in der sache okay die ich haben wir schon mal sie gesagt ihr stück sind dass man was ich müsste jetzt noch zwei machen die richtung die beiden egal wir sind zwei nebeneinander uns ist mir strom mit dem ist mich da dran natürlich nicht ich komme da dran komm in dem fall kann ich immer mal hingehen die richtung raus ist gut die richtung aus ist gut anschließen anschließen ich muss es einfach zu ja ich es auch ich 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 habe das gefühl da vorne steht noch eine jetzt hierhin jetzt eine auf das ist genau beschränkt ich war das ein bisschen ambitioniert ich möchte gerne oben hin haben weil hier habe ich mich nicht genießen ich möchte ich auch anders die ist ein bisschen mehr in die richtung ich muss mir erst noch weg jetzt wollen wir mal in die richtung kommen dass wir hier vernünftig bauen ganz ein spaß ein bisschen größer macht jetzt werden die potter meiner ist teuer das andere modul damit ich irgendwie schütt machen okay wohin laufen wir als nächstes haben nämlich das gefühl habe das gefühl die idee die ich hatte war etwas über ambitioniert aber es ist ein problem machen das jetzt so immer nach überall wege hin meiner meiner da geht was muss sagen ein eisener wege noch nicht unbedingt das solches wir meist brauchen so machen wir weiter in diese richtung doch ja 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 überlegen wir das machen aber dann nicht dass ich immer hinter mir ist die richtung du bist richtig übersehen falsch ist auch relativ also nein mitnehmen die richtung was soll ich noch hier im in im 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 okay Ok Nimm dich mit wieder Tak, 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 kattisch Türklinken sind ein schweres Konstrukt Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr Kinder habt Teenager, gehen das auch nicht mit Türen hin Leise und vielleicht mal mit Dach zu schließen und zu öffnen Man hat einen halben Herzen Dabei muss das Kind auskommen Weg damit So, bitte an das Stromnetz Dann hätten wir hier gerne den drin Fertig Und Und Wunder 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 Ich Ziehen das jetzt durch Und wenn das alles ist, was wir heute tun Genau Da wo ich vermutet Und Tee Gleich im Weg stehst Kollege Ja Ja Wurde Das ist wirklich lustig Vor allem mit den zwei die da rauskommen jeweils immer Ähm Das 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 Stehen Äh So In die Richtung ist noch einer Das ist aber nämlich die Falle Ja Ist jetzt so alles, was ich erstmal finden kann Brauche ich mal keine Ahnung wie es dann da vorne aussieht Also wir haben den da noch Da hinten liegt auch noch einer Aber eigentlich sieht das doch schon mal ganz gut aus Ich habe keine Ahnung wie viel ich jetzt aufgestellt habe Das hätte ich vielleicht mitzählen sollen Was ging mir vielleicht von oben gleich hin Ähm Ähm Einmal Den hier Ähm Ich mach mal ran So Etwas mehr Und Weiter geht's Cool So was mag ich Ähm Okay Wir haben zwei Ich Hier haben wir eine neue Und haben eine neue Stromleitung die direkt darüber geht Und der andere war Der ist direkt an der Stromleitung Die beiden nehmen wir jetzt noch mit Oh Der ist einander Ähm So Einmal Darunter Ähm Jetzt kommt's dran Ähm Kommst dran immer amalina drauf oder jetzt sehen wir hier das zeug scheinlich wird dahin auch noch irgendwo was sein aber das ignorieren wir jetzt ich sehe glaube ich da noch einen das richtig im kopf war er wird jetzt ans wies weil er geht da unten durch sogar noch zwei beste nehmen wir auch noch mit du wirst ein bisschen kippie hier leider gott das aber ist halt so du kannst du mich nicht ganz so okay schießt ja mal optimal hier strommast daran ist durch die beiden die wirklich davor sind nicht da oben auf der plattform erstmal auf bei anfang aufzubauen das ist eine gute idee ein das reicht jetzt eigentlich die richtung dort wird noch was sein das ist kein ding das ist ein bisschen niedlich oder ok die mittlerweile so langsam geworden die laufen hier gerade weg weil so einem da nicht und die bleiben da nicht weil ich nicht noch hier genug oder da kommen 15 pro minute raus sie dürfte nicht aber die müssten genau passen oder nicht nur sieben halb pro minute heraus kommt hier unten steht zweimal sieben halb nach gut 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 weil ich das machen kann muss ich mich darum kann man du brauchst wir brauchen 30 minute 60 pro minute 90 pro minute richtig 90 pro minute beide macht was 60 pro minute aber da kommen die er jetzt nicht hinterher warum kommen die karotten nicht hinterher was 20 pro minute und weizen 20 pro minute weizen ist schon und was produzieren wir immer die karotten nehmen mal hier die karotten meisten hier unten rein da ist mein problem und ich produziere hier in dem hier produziere ich erste linie apple es geht mal wieder raus als 15 minute auch 20 wir müssen weiter aber wohin ich brauch so einen hier noch mal oder es wird also dem muss ich hier hintersetzen gebrauchen ein ein klatschen wir brauchen arvester modul greenhouse davon brauchen wir vier und davon brauchen wir vier es müssten klopplot sein oder man darf uns hier auf dort ist nicht ist ein problem was ich rauskriege ist 30 pro minute 30 pro minuten hier hinten und sich noch nicht erst dann darüber das wird der lustigere teil ich bin genau zwei machen dann habe ich noch 160 wie wichtig ist das jetzt das mache eigentlich sollte ich das tun das muss ich dann wieder vorne reinschmeißen die verdrahtung wird jetzt der schwierige teil also den import ist nicht das ding hinten rum was viel schlimmer ist ist er nicht auch dahin legen geht er wieder drauf sollten wir hinkriegen wir sollten uns einfallen lassen lassen was mit dem anderen zeug machen das müssen auf jeden fall dann oder so moment brauchen es noch nicht dann geht es ja schauen wir mal da vorne ist weg wir müssen ein bisschen denken na komm mit denen genug für ja die immer daraus motoren waren gerade das ding wollte motoren sieht auch gut aus die achte ich bin wir zusammen es ist schlimm bis wir da die 160 haben so ich denke das war eben zu ende so damit sind wir durch hätte genug dabei dass noch 31 über bleiben wenn ich machen können nicht mehr viel 3 wunderbar dann wollte ich dahin wollte ich also wir fangen an mit einer farm wir drehen das ganze nach dahinten und dass wir die hier dran setzen dann wollen wir die aber gerne bis jetzt dahin nur noch ein weiter vor er hast man da so ein das heißt so müssen das passen ich ziehe ich hier ein bisschen genau die hilfslinien sind also die hilfslinien sind ausnahmsweise nicht hilfreich aber ja das damit habe ich mir da den weg zu gebaut dafür war da so hier geht gerade alles mögliche rein und es geht auch nur in den einen rein und da ist aus man könnte natürlich auch gehen hier auch wirklich nur weizen und wenn ich deutlich mehr als ich brauche aber das ja vollkommen egal setzen wir hier im container dazwischen da kommt ein muss ich aufpassen das machen was ich mache das unter sozial brauchst nämlich auch von den toren ahnung wie viel weil das kann man hier nicht so sehen weil man einfach so greeni war um deine rezept zu machen also das wäre auch so ein ding hier sondern dinge dazwischen setzen fertig gehen weiter armen wir brauchen erst mal die ob uns 12 dann brauchen wir 12 bei ihr harvest module wir brauchen solche module damit haben wir schon mal dann brauchen wir hier das ist unser ausgang das da ist unser eingang ist mir egal der strom ist nicht mehr so wichtig so dann kommt hier ein jetzt muss ich überlegen einfache variante wäre er hin auch schon den dort aus gegen den container den ich meine ändere hier drauf auf diesem ding einfach das was reinkommt werden hier nur noch rotten und so werden hier nur noch die anderen sachen gemacht so ihr kokotten und weizen da drüben die beiden anderen sachen sollte das doch passen das heißt wir setzen jetzt hier zwei intelligentes bitte ein 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 smart und der zweite davor so und hier vorne kommt ein merger hin der in die richtung raus geht so du schiebst nach links gucken wir gleich da sind wir noch falsch wir machen erstmal da dran so hier ist alles rein und und potato das heißt nach links geht hier raus und zieht und aus hier geht raus jesus ihr müsst jetzt hier bei das langsam gleich anstehen also du fängst schon mal an ok sehr gut mitkommen und zwar markt 2 haben wir gemacht so du gehst da rein und hier kommt da überlegen wir uns noch was auf jeden fall muss das zeug hier raus das heißt brauchen wir dafür machst du noch mein auto safe sehr schön also das machen wir jetzt noch zu ende gemeinsam ja danke aber wir brauchen nur strom dran und dann müssen wir für die einzelnen platz das machen wir gleich oder machen wir sofort das rauskommende zeug geht dort ein gut kommt und wird entsprechen und wir brauchen wir gerade nicht mal für mehr braucht man das gleichzeitig irgendwie hier rein wir haben hier jetzt noch potato drin wir ziehen das ist gut dumas er ist dumas was bitte dann läuft das hier raus und geht alles dort rein sehr gut und du machst weiter schieb sind haben dadurch es sieht doch im moment erstmal ganz gut aus und hier drin müssen wir die karotten rausnehmen und das ausnehmen dass ihr dürfte immer voll bleiben und er macht nur noch die zwei sachen du sagst mir du machst nur noch die beiden anderen sachen sehr gut und schmeißen wir jetzt nein die erwarten im mais das geht alles weg läuft hier rein wird wir sagen ja sehr schön und wenn es zu viel wird dann wird es halt weggeschmissen sehr gut ihr seid fertig das heißt hier an dem band läuft das jetzt auch alle schön durch geht hier hinten ordentlich aufgeteilt hoffentlich ist eine vorne was eingelaufen warum woran hängst du haben wir das gerade gehen da hinten rüber und werden dort nichts mehr abgearbeitet weil ich es da nicht raus nehme wir brauchen fünf dinger wenn sogar noch ausgewählt das ist schon mehr dann hätten wir gerne nein 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 die omasse gemacht wir sind voll auch momentan nicht wir sind voll bis leer weil du weiterverarbeitet hier ist mit selium wird weiterverarbeitet wird nur noch hier hinten das zeug das sind blütenlätter da ist aber noch platz also es war gar nicht mal so ein problem weil hier ist eigentlich auch noch die platz die apple sollte ich nochmal weg bewegen aber okay das läuft gerade leer das band wie sieht es mir bei dir aus eigentlich das ist mir bei mir dann geht doch ein Da kommt hier keine mehr an. Ja, Anzeigefehler, danke. Das ist okay. Jetzt nehmen wir mal alles weg. Da darf nichts hinkommen. Auch weg. Ganz weg, ganz weg. Also hier sind die ein bisschen buggy-kollegen. Das haben wir hier unten alles weggenommen. Das geht hier schön rum. Den brauchen wir nicht mehr. Den ganzen Splitter hier nicht mehr. Nein. Ja, jetzt läuft das hier auch wieder besser. Das sieht hier drüben aus. Da läuft es nicht so gut. Karotten stehen da an. Aber Weizen kommt hier nicht genug hin. Und im Moment nur Karotten laufen. Okay. Verstehen. Nehmen wir mal ein bisschen Weizen. Ja, am meisten liegt gerade Karotte durch. Jetzt kann ich mal das hervorru internships machen. damit weg damit mitkommen lassen jetzt erstmal ein bisschen das weizen laufen und dann sollte sich das eigentlich wieder beruhigen wie das hier aussieht da geht ja alles rein das auch okay und hier machen wir einmal wenn wir sie finden nein nein hier ein genau dann können wir das wegnehmen das wegnehmen den wegnehmen der weg da oben ist gut gelaufen brauchen wir so nicht wir können dieses ganze diese ganze monstrosität hier entfernen ein paar schnecken haben okay so da geht jetzt gerade das unter durch oder durch ist gut haben wieder ordentlich durchsatz auch mal da vorher dann kannst du mir ein bisschen warten so das sieht gut aus markt 2 ist auch wichtig und wir sind wieder über eine stunde da wollte ich doch eigentlich nur produktion da anfangen hier waren zwei die ich noch habe dann dann haben wir 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 hier solltest du aber auch genug putter haben ja dürfte es auch nicht jetzt auf 20 wochen gehen also das futter sollte sich das unter problem sollte sich erledigen weizen läuft und gucken dass wir jetzt auch gleich wieder vor Ort kommen es hat man nach so einem stau ein bisschen blöd mal eigentlich es kommt hier jetzt immer nur karotten und weizen rein weizen muss jetzt rauslaufen dann kommt mal wieder ein bisschen was drauf müssen aber langsam wieder karotten rein gehen da geht es direkt durch ok jetzt gehen erstmal nur karotten da kommt wieder weizen karotten sehr gut immer davon aus dass die so langsam abgebaut werden ja gefällt mir so soll das laufen es geht mehr anderes zeug aus wir haben output und weizen im kopf und hier das ist doof wo ist dein problem was kein wasser aber du verbrauchst auch keins dass die folge wird immer länger hier aber ein verbrauch nummer verstehe ich mal noch nicht an daher wasser verbraucht wird und wird nicht und egal so wir müssen jetzt 30 also 30 karotten ich brauche 40 muss ich jetzt noch muss ich jedoch noch karotten drauf packen es wird aber hierfür blöd da schmeiße ich meist und das ganze farming und das mit den schnecken ist problematisch wir haben 16 mal reisen rechts einmal zwei das wird lustig sind 31 dass ich bin da die irgendwie hier umfassen müssen und dann müssen wir dafür je nachdem wie viel rauskommt das weiß ich gerade nicht müssen wir den ganzen spaß gegen hier oben crashen da ist nur ein crash alle kommen direkt zwei rein das heißt mit einem krascher kann ich beiden auch wieder ab das weiß wir brauchen mindestens 16 stück davon meistens mal hier rein und ich sehe schon okay das geht eigentlich alles haben wir fürs nächste mal was 16 mal wasser und gucken ob mit dem mutter jetzt klappt oder nicht wahrscheinlich muss ich noch mal die ganzen posten egal ich sag mal das war für heute wenn er euch ein hat dann lasst man abo da glocke nicht vergessen daumen mehr großartig kommentar freue ich mich riesig drüber und damit macht die tue die tue